Hallo und willkommen hier bei Hutudi. Ich habe ja ganz viele Videos auf meinem Kanal hier und die sind eigentlich alle auf Deutsch. Und manchmal hätte ich die auch gerne in einer anderen Sprache. Ich kann die also auch in einer anderen Sprache machen. Und da brauche ich ein Transkript dafür und möchte das übersetzen etc. Aber manchmal möchte ich das einfach auch nur schnell haben. Und heute möchte ich euch ganz kurz ein Tool vorstellen, mit dem man das super cool machen kann. Und das heißt Aluga2go. Was mache ich also? Ich habe hier ein Video auf Deutsch. Ihr kennt das, wenn ihr Volume drückt auf eurer Mac. Und dieses Video möchte ich nun in eine andere Sprache haben. Ich gehe also auf Aluga2go. In dem Falle aluga.com.togo. Link packe ich da schon rein. Dann nehme ich ganz einfach die URL von diesem Video. Die packe ich hier rein. Drücke auf Weiter. Was passiert jetzt? Ich sehe hier mein Video. Titel, kurze Beschreibung, die Videolänge. Dann habe ich hier Fast. Okay, die Originalsprache ist Deutsch. Sollte die nicht gefunden werden, kann man das hier anklicken hier drin. Und jetzt möchte ich gerne eine neue Sprache hinzufügen. Ich gehe also auf Neue Sprache. Wähle eine Sprache aus. Arabisch ist cool. Gehe hier rauf. Wähle hier eine Stimme aus. Die höre ich mir da mal an. Ich könnte ja noch weitere Sprachen hinzufügen, aber für mich reicht erstmal, dass ich meinen arabischen Zuschauer erreiche. Und jetzt mache ich folgendes. Ich schalte hier ein Ducking ein. Das bedeutet, die Hauptaudiospur, in dem Falle, in dem ich Deutsch spreche, die wird, während ich spreche, leise. Und mein Erfahrungswert hier ist so 7 bis 8%. Stelle ich jetzt mal ein. Gehe auf Speichern. Und jetzt sehe ich hier meine Assets. Ich habe Standard Deutsch. Im Arabischen habe ich die Sprache, die Audiospur und das Video. Jetzt gebe ich hier eine E-Mail-Adresse an, an die das geschickt werden soll. Im Moment gibt es eine coole Aktion von Aluga. Da bekommt ihr 50% Rabatt. Das ist der Gutscheincode TOGO50. Aber der kann sich auch ändern. Ich packe euch den aktuellen unten rein. Dann klickt ihr auf, ich akzeptiere den Datenschutz. AGB ist gelesen, akzeptiert. Könnt ihr aber auch angucken. Und ich muss auch das aktivieren. Dann klicke ich auf Request Transaction. Das kostet nur 1,40 Euro. Das Video, ein Transkript, ein komplettes. Die Übersetzung. Und ein Voice-Over mit Text-to-Speech. Ich klicke also auf Bezahlen. Jetzt kann ich hier direkt bezahlen. Das ist dann inklusive Mehrwertsteuer. Mit Kreditkarte, Paypal oder Bankverbindung. Wenn ich eine Umsatzsteuer-ID eingebe, dann fällt die Umsatzsteuer weg. Wenn ihr den Checkout abgeschlossen habt, dann bekommt ihr eine E-Mail. Tatsächlich hat es nur eine Minute gedauert. Hier sind dann Bezahlinformationen, was ihr alles gemacht habt. Ob ihr einen Rabatt bekommen habt oder nicht. Und den Beleg könnt ihr euch ansehen. Ihr könnt euch runterladen. Ihr könnt es auch von eurer Steuer absetzen. Und jetzt warten wir. Je nachdem, wie lang das Video ist und was da gerade auf der ganzen KI-Infrastruktur los ist, kann das zwischen einer Minute, fünf Minuten und vielleicht auch mal zehn Minuten dauern. Aber in der Regel dauert es tatsächlich nur ein paar Minuten. Ich habe jetzt hier also ein Projekt. Die Mail gibt es in mehreren Sprachen. Es ist je nachdem, was bei mir eingestellt war. Das heißt, in dem Fall bekomme ich jetzt hier schon einen Link. Ich habe jetzt hier einen Aluga-Zip bekommen. Das habe ich geöffnet. Und hier drin haben wir jetzt drei Dateien. Zum einen haben wir hier mein Original-Video in der neuen Sprache. Und dazu habe ich Ara-VTT und Doi-VTT. Also für Arabisch und für Deutsch. Stellen wir das mal nebeneinander. Wie ihr jetzt sehen könnt, Segment 1, hier, hier, genau dieselben Timestamps. Hier ist mein Text auf Arabisch, mein Text auf Deutsch. Ich habe diese Dateien jetzt also fertig in diesen beiden Sprachen. Jetzt kann ich einfach mein Video nehmen und kann es wieder auf YouTube hochladen in der neuen Sprache. Und meine von Aluga2go generierten Untertitel nehmen. Für 1,40 Euro, coole Geschichte, hat nur fünf Minuten gedauert, funktioniert auch mit Vimeo. Probiert es doch einfach mal aus mit meinem Gutschein-Code. Ich bin der Bernd, ihr seid ja bei Hoturi. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.